Das ist ein Geschenk der Regierung der Vereinigten Staaten. Gebaut, um dem Feind den Tor zu bringen. Es tut mir leid, Sergeant. Ich rühre keine Waffe an. Sie töten nicht. Nein, Sir. Soldat Doss glaubt nicht an Gewalt. Er ist also nicht Ihr Kamerad, der Sie auf dem Schlachtfeld retten wird. Dein Thema ist nicht Religion, sondern Feigheit. Die können Dich dafür ins Gefängnis sperren. Soldat Doss, Ihnen wird das Recht zugesprochen, in den Kampf zu ziehen, ohne eine Waffe bei sich zu tragen. Ich schaff Dich hier auf, Mann. Das müssen Sie sich ansehen. Wer hat das getan? Doss, der Feigling. Wir müssen morgen wieder darauf. Und ohne Sie werden die Männer das wohl nicht tun. Hilf mir. Du musst mir vertrauen. Bitte, oh Herr. Hilf mir noch, einen zu retten. Ich bin ein zu retten.